. 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 Der Klei will noch ein bisschen schmäuseln. Nur noch ein bisschen schmäuseln. Nein! Nur noch ein bisschen schmäuseln. Nur noch ein bisschen schmäuseln! Mama kommt! Es ist ja so, dass sich das Stück ja eigentlich dreimal wiederholt. Es ist im Prinzip dreimal die gleiche Szene, aber es kommt durch die verschiedenen Dispositionen, wie sich die Figuren in diesem Moment fühlen, dreimal komplett anders heraus. Die sind ja da gegangen. Und der Kauf ist ja furchtbar. Warum musst du mich gerne so runter machen? Warum macht dich das Freude, mich immer so runter zu machen? Ich mache dich doch nicht runter. Das ist doch nur zum Spass. Ines, beschreib doch mal ein Hellau. Findest du es lustig? Ich habe versucht, ein wenig Spannung in die Arbeit zu bringen. Du hast ja selber gesehen, welcher Zustand das ist. Und wer ist die Schuld, dass ich ihm zustande... Ja, hör auf! Psst! Immer die A-Schulde, die ich jedes Mal mit neuem hergehe. Du hattest ja besser gar nichts von dem Mati... Psst! 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 Untertitelung des ZDF, 2020